so eine zuschauer frage die war noch ganz interessant und zwar hattet ihr so im laufe des rt beziehungsweise nicht nur rt auch in den vorherigen sachen unseren absoluten lieblings mod außer greck tag also lieblings mod so war einmal hier hat geschrieben er oder sie besondere ein mod der ganz besonders war positiv und negativ also jeweils irgendwie ein mod möchte derjenige wo gerne wissen außerhalb greck tag gab es da noch irgendwas auffälliges wo wir wirklich gesagt habe so ach ja von dem ort war ich damals sehr positiv überrascht oder der mod der hat mich wirklich zur verzweiflung gebracht außer greck tag also so aus dem nähkästchen geplaudert über zwei episoden hinweg was heißt episoden über zwei staffeln hinweg hat mich ein mod autor aufgeregt und zwar ein gewisser unterstrich bau fünf denn er hat zweimal mord rausgebracht der sich super gut angehört hat und zweimal ist es in die hose gegangen project band und crafting suite gell trivolo kennst du auch ja das ist ein besonderer mensch ja 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 zweimal hier ein bisschen naja mein leben durcheinander gebracht aber okay weil es hat sich beides schön angehört weil das war ja eigentlich so ein mod der aus wer kennt das noch red power aus den uralt frühen staffeln das war ein schöner crafting bench mit integrierte kiste war ich super genial total total einfach und ja irgendwie ist das immer naja in die hose gegangen jetzt mittlerweile naja aber an mods ja es ableitet schützt man natürlich ein highlight das zieht sich jetzt hier durch die letzten folgen schon die ganze durch die letzten staffeln eigentlich ganz gut dahin ja aber das ja eigentlich bei allen oder um mal debitor lp zu rezitieren dat computerlager ja das ist auch mal schön dass alles auf festplatten abspeichern kannst eben eben aber es gibt ja noch eine günstigere alternative als das da habt ihr ja das letzte mal drüber gesprochen ihr habt ja beim letzten mal dieses ein ein festplatten system verwendet wenn ich mich recht erinnere ja das ist sehr aufwendig genau und kostenintensiv und diesmal wollt ihr das ja ein bisschen anders gestalten kann man da schon was erzählen ja und zwar vom materialaufwand her dürfte in etwa annähernd gleich sein aber wir hatten uns diesmal gedacht wir werden das material in barrels speichern hat ein bisschen den vorteil dass man auch gleich sieht was man da hat genau es sieht einfach schön aus man braucht ein bisschen platz aber naja mein gott platz wir haben ja schon ein lagerhaus genau platz ist in der kleinsten bude hör mal hast du irgendwo was mit sandstone gebaut end stone hinter dir an der mühle ein bisschen war dran muss mal gucken ob sich das als dach eignet die mühle die mühle selber die hatten sandstone dach falsch hier dann ist halt mit halb steps und so weiter da müsste ich eigentlich auch so oder so mal los denn hier ist der fenster indem die das fenster gedönsel beim letzten mal ausgegangen da ist nicht mehr viel da aber ich weiß wo es noch jede menge zu holen gibt es ist ja nicht so eine wüste genau hier haben wir mal zurück zu kommen ja und kraft hat mir immer sehr gut gefallen wenn das nicht so richtig gut im video zu gebrauchen ist ja mein ihr gefällt es ja nicht so richtig also jetzt früher märz früher sehr gut gefallen möchte ich dazu sagen also die alte version oder die alten version der mir immer sehr viel spaß gemacht das taint selber dass das ist nur so ein kleiner tropfen auf dem stein dass das gesamtkonzept wo sich der mord hin entwickelt hat der sagt mir nicht mehr so ganz zu doch diese mini spielchen die die magisch ja genau das ist das das ist nicht so mein ding seine mini spiele die haben mich doch sehr aufgeregt ich meine wenn ich so dran denke von den alten soundcraft version da habe ich ja noch viele viele der alten rezepte die habe ich ja so noch im kopf wie man also wenn ich da vorsitze natürlich kann jetzt nicht so auf blau und sonst sagen wenn du das und das erfinden willst dann brauchst du das und das und das aber wenn ich da vorsitze und ich denn auch dieses buch in der hand halte oder in der virtuellen hand dann kann ich sofort mir die materialien zusammenholen und weiß sofort wie es geht weil der dem ob den habe ich früher auch geliebt oh ja bis ich dann kleinen golems wenn die mal darum flitzen ja genau bis ich dann auf dem alten feed the beast server auf dem ich damals mit den anderen gespielt habe weil was ist denn flux was ist das denn kenne ich nicht egal weitermachen ein einloggen war nicht mehr möglich bei mir im gebiet ist das ging einfach nicht mehr weil du wurdest so vorzellig von diesen ganzen list und ach das wetter wurde dann dauernd geändert da stand dann immer im chat drin hier flachs hat das wetter schon wieder geändert entstand sie schon wieder im regen da und naja das ist halt so ein blöder nachteil an dem mod sobald du da irgendwie am arbeiten bis verändert der flux ständig das wetter und das scheint ja genau ist halt jetzt die kinder mit dem trend richtig können schon mal den keller ausheben kann aussehen wäre das ist mein job mach du mal dach ich mache hier keller bei der schlager das gute taumkraft ist schon schöner mod jeden fall wir können jetzt aber auch das ding normaler holz nehmen und hier noch so auf meinen schlauen zettel stehen da habe ich doch bestimmt noch so ein paar sachen ja stimmt forestry der auf jeden fall der macht mir auch immer wieder spaß und railcraft ja damit wollen wir uns auch diese folge diese folge diese stoffen mehr beschäftigen ja wir hatten mit railcraft ja immer wieder mit boilern und solche geschichten gearbeitet aber ehrlich gesagt nie mit zügen und irgendwie also ich habe ein bisschen durch die videos geblättert züge waren bei uns noch nie ein thema irgendwie wir hatten ein kurzes spotlight über traincraft aber ja gut da muss man sagen da war der mod auch noch sehr jung ja da hat ja nichts funktioniert mehr aber richtig jung und verbuggt ich erinnere mich an die folgen ich musste das nachher ausmachen weil man der mod irgendwie tierisch auf den zeiger ging richtig ich erinnere mich da auch dran dass ich das damals gesehen habe ja genau jetzt kommt so die erinnerung wieder dieser komische zeppelin mod den ihr mal vorgestellt habt ja das ist der gleiche hat das der gleiche dieser zeppelin da steuern konnte genau genau da hat man auch richtig bei euch zu gehört so die enttäuschung viel versprochen und dann dieses mal haben wir ja zusätzlich noch archimedes chips drin und da natürlich auch noch eine kleinigkeit vor also zumindest ich habe da noch was im kopf mal gucken ob ich das umsetzen kann ich denke aber schon problem mit diesem mod ist immer bei den bewegung also mods die irgendwelche blog bewegen kann sich mal ist bewegen so wie du willst okay das ist manchmal also der zerstört dann irgendwelche strukturen oder sowas ja da hatten wir ja letzte stattdessen auch das ja das hat sich gerade abheben und abheben war alles kaputt weil diese ganzen blocks gelöscht wurden weil dann die nicht bewegen konnte ach du scheiße aber die das ganze schiff für den arsch und das war jetzt nicht so groß aber ja das ist natürlich ärgerlich da ist du kannst halt nicht alle alle sachen damit bewegen wie du willst deswegen musst du da erstmal testen was man damit alles bewegen kann gut mehr sagen meintraft ist nicht dafür gemacht nein natürlich nicht legen aber das kommt vielleicht ja noch also ich kann mir das gut vorstellen dass du so in drei vier fünf jahren oder so das würde auch mal ordentlich bewegung rein kriegen denn mal ganz ehrlich die mods die nehmen ja insbesondere die technik dinger die übernehmen immer mehr und immer mehr die oberhand und die leute wollen immer mehr nur noch mit denen das gemoddete minecraft spielen also ich kann mir vorstellen in ein paar jahren da das oder ein oder andere mod vielleicht in standard minecraft mit einfließen könnte ist er doch schon denkt da also ich habe spiel an die pferde die pferde kommen aus dr zack small creatures genau genau meine haben wir auch hopper jetzt eingeführt ne ja dann noch bildkraft ja ich glaube du kannst jetzt bald züge machen meine ich oder das ein bisschen anders das zug system also das minecart system das soll sich verändern überarbeitet richtig und das ist im moment in der letzten dev version oder nehmen mit letzten snapshot ist die version so toll dass ich meine ganze minecraft bahn die ich habe abreißen kann komplett schön ich habe es noch nicht angeguckt ja ich komme um keine kurve rum ohne da irgendwie vorher 16 sonne sonne brems brems rails oder hier diese booster rails ohne redstone signal eben ja ja fix aus der kurve ich super wenn du wenn es schlecht läuft dann der eine schaffte das passt hier und an wenn du das bei der einstelle an dieser welt macht denn fliegst du in die wand so und wenn du dann natürlich jetzt irgendwie nicht schnell genug reagiert oder so dann kannst du nur zu gucken wie du stirbst also da war natürlich suboptimal ja da backt sich das card nämlich insofern in die wand das card selber also du bleibst im card selber sitzen du musst dann irgendwie dichter mit einem creative mode musst du dich da raus kloppen dass du schnell einen block frei hast über dir und dann kannst du halt dann kannst du halt absteigen so und dann musst du allerdings gleich wieder dich befreien per creative faustverkloppung weil ansonsten stehst du ja gleich wieder in der wand also total bescheuert ist das jetzt dreimal passiert viermal passiert fünfmal passiert irgendwie so also schon richtig oft deswegen weiß ich die schritte gerade so die man da halt mal gehen muss aber das ist ja schon blut übergegangen ja sozusagen also das geht schon blind das könnte ich sogar moderiert mittlerweile machen weil ich da nicht mehr drüber nachdenken muss so sandstone haben wir jetzt auch noch mal ein bisschen was hier ran geholt er wird mir kann man ein ok geht dann brauchen wir gar nicht mehr also in ordnung ich brauchte ich brauchte ja sowieso ich werde gefragt cool ist ganz was neu ist ja hin zu gast da also da wird der werde ich auch mal gefragt okay alles klar er muss das mal dass mir wenigstens noch mal meinen keller aussehen wir unseren keller wie auch immer da ist das noch fertig mit den mods da ist dann auch mal so die frage aufgekommen von einem user habt ihr selber mal so drüber nachgedacht mal selber was zu schreiben hohoho böse frau ja hab ich aber keine zeit im moment okay kurz davor anzufangen weil mich das so nervt mit greg und und tinkers konstruktor das zu integrieren aber das kannst du dir theoretisch sparen weil ich habe ein paar sehr nette mod entwickler fest oder kennengelernt deutschsprachig haben vor kurzem einen neuen mod rausgebracht namens jamie und die sind sehr dankbar für weitere ideen für ein mod denn der mod macht nämlich nichts anderes wie verschiedene mods kompatibel zueinander zu machen und die haben schon sagt ihnen vor platten und sowas alles die ganzen auch die ganzen legierungen und gregg gießen zu lassen okay kann ich gerne mal vorschlagen heißt du brauchst nicht die gregg maschinen ganz unbedingt um da die platte weil wir haben ja jetzt so ein kleines workaround gefunden aber das ist so eine sache ja aber kurz davor okay schon verständlich ich meine ich kenne ja die problematiken ebenfalls die mit den beiden da so so herrscht und mögen sich ja nicht so besonders scheinbar wie man ja immer so wie man ja immer wieder lesen kann also ich kann eben nur dass die die diversen foren mal empfehlen die ich auch mal irgendwann irgendwo alle zusammengetragen und verlinkt die kann ich auf jeden fall jedem mal empfehlen denn ihr lacht euch kaputt wenn ihr die namen m da ist das glaube ich ne das auch genau und gregorius t wenn ihr die beiden halt denn so in ja ich sag mal in einem streitgespräch wenn ihr die beiden dort einfach mal einfach mal das verfolgt über was die beiden sich teilweise zoffen und wie die sich darüber zu hoffen da kriegt hier lachanfälle bei weil das ist schon das ist schon eine coole nummer so an sich ich kann da aus dem nähkästchen plaudern also gregg hat ich habe mal gregg gefragt warum das so ein problem ist und was im daio gerade hat und seine antwort war naja er könnte gerade moment seine tage haben das war schon grenzwertig als kommentar hätte ich jetzt gesagt aber ich kann es verstehen weil der eine möchte standards haben und der andere der einfach mord haben genau ist halt jetzt die frage nicht was ist wichtiger ja gregg will ja einfach nur ein mord haben ja nicht nur ein mittlerweile hat er zwei eigentlich also ja zwei ist übertrieben aber zwei stücke in denen er seine finger im spiel ja ja gut ist halt so jetzt war euch der eine oder andere wahrscheinlich auf becker in einem zweiten seine finger mit dem spiel ja auch noch mal erzählen in welchem und zwar die entwickler von industrial craft haben sich gregg ins boot geholt sag ich mal um ihnen ein bisschen zu helfen bei der entwicklung von dem mod wobei ich nicht so genau weiß ob sie ihn ins boot geholt haben oder er ins boot gekommen ist böse zungen behaupten er ist reingesprungen weiß ich nicht kann ich nicht so hundertprozentig sagen kann ich auch nicht dementieren aber auf jeden fall hat er jetzt in letzter zeit ein bisschen ein eisig tutung gefuhrwerkt manche spuren merkt man von ihm natürlich wenn rezept mal wieder plötzlich ganz anders aussieht im nachhinein wie vorher dann schaut man in changelogs da steht mir sichert gregorius t dran aber ist ja auch nicht so schlimm weil die wollten den mod im allgemeinen schwerer machen auch player glaube ich war das ja player genau player gesagt er will es auch ein bisschen komplizierter haben naja warum soll man sich komplizierter machen genau und da kann man sich natürlich gleich gott fahrer auf alles kompliziert und schwer direkt ins boot holen aber ich kann mir das bei gregorius genau wie kann man das ich kann mir das bei gregorius auch richtig vorstellen der ist da irgendwie ins teamspeak oder irc oder so gekommen und hat gesagt so ist mir egal ich mache jetzt hier mit ist mir egal das kann ich nur bei das kann ich mir bei greg richtig vorstellen ja ich kann es mir auch vorstellen aber ob es natürlich so war wissen wir nicht natürlich nicht wenn greg das jetzt hören wird dann wird er sagen selbstverständlich habe ich das so gemacht aber so wie ich ihn kennengelernt oder so wie wir ihn das eine mal da kennengelernt haben oder wie ich ihn da halt insbesondere kennengelernt habe du hast ja schon vorher kontakt mit ihm gehabt oder ihr beide hattet ja schon vorher mal kontakt mit ihm ich hatte da das erste mal meinen kontakt mit ihm ich musste nur über seine ganzen antworten feiern also der typ ist wirklich der ist die krönung der ist die absolute krönung ich mag ihn deswegen mag ich auch sein mod kann nur mods liegen wo man vielleicht auch die menschen liebt weiß ich jetzt nicht ob man die menschen dazu lieben muss aber ich sag mal also sein mod wenn es darum geht sachen kompliziert zu machen ja gregg tag wobei ich muss sagen er hat jetzt in unserem neuen mod pack natürlich auch ein bisschen konkurrenz bekommen muss ich jetzt mittlerweile feststellen weil die ganzen mods von raika ja da sind auch ein paar knackige sachen dabei also bin ich hundertprozentig sicher ob es jetzt immer noch der komplizierte mod ist nein ich darf es nicht so laut sagen was das machte die sachen wieder komplizierte ja ich wollte gerade sagen sagt sowas nicht wir sind in einer laufenden staffel das wäre ganz schlimm ich habe dir gesagt ich habe dir gesagt du kommst zu mir und dann wenn das wieder unifiziert wird oder irgendwas in eine andere richtung du räumst mein ae auf ja mach ich doch meister das ist sowas im computer für dich genau den stellte er dann aber hin ich nicht nochmal lass mal beim letzten mal war es mir egal da waren es ja irgendwie 60.000 ja aber denn du sagst gerade räcker wir haben ja auch ein paar leute dabei jetzt nicht unbedingt so mod finde ich und so weiter sind was für mods gehören denn überhaupt zu räcker zu räcker gehört seine api namens dragon api warum die so heißt weiß ich ehrlich gesagt nicht dann gehört rotary craft dazu es ist mod zeige ich mal für ja maschinenbauer hätte ich jetzt fast gesagt weil dass er da muss man dann schon ein bisschen mit drehzahl und drehmoment arbeiten kraft analysen arbeiten und die kräfte umwandeln ineinander das ist schon relativ heftig und wo ich sagen muss wo richtig heftig ist ist der zweite mod der bei uns im mod pack mit drin ist als mod sag ich mal das ist reactor craft also wer mal einen atomreaktor kompliziert bauen möchte mit all seinen auswirkungen der schaut sich mal bitte reactor craft an also das ist wirklich schwierig da einen schönen reaktor hinzukriegen der ja die umwelt nicht belastet und nicht unbedingt gleich explodiert ja ich nicht einfach ja ich hab's mit dem mod einmal ausprobiert obwohl ich habe mir so ein fusionsreaktor glaube ich hingesetzt war das und da kann ich auch nur sagen das ding war nicht ohne also greck tag fusionsreaktor in allen ehren natürlich der war ja auch kompliziert aber das ding alter schwede da ich mir die zähne dran ausgebissen ich habe nachher denn gesagt kommen egal cheat mode und fertig machen das war ja das war eine ganz schön heftige nummer also der ist richtig heftig und vor allem also der hat auch viele nennen wir es mal physikalische und chemische hintergründe wo man dann zum beispiel neutronen werden abgestrahlt und wenn man im neutronen strahl steht dann kriegt man daran schaden ab und die umgebung wird radioaktiv verseucht und lauter schichten und es ist schon heftig und vor allem auch das reaktor design bei ihm ist nicht ganz so einfach bei greg ist es naja der fusionsreaktor ist fix wie aussehen muss deswegen relativ einfache jetzt noch gesagt aber also da muss ich sagen anspruchsvoll der anspruchsvoll würde ich sogar fast sagen ja wenn ich gesagt ich habe mir das teil auch mal angeguckt oder generell den mod da war ich ja dann froh dass ihr gesagt habt ihr übernimmt den mod so ein bisschen dann habe ich mir so im stillen gedacht gott sei dank dann brauche ich mich da nicht noch weiter einlesen mir ist der kopf geplatzt zumal guckt ihr mal die grundzüge atomic science an und dann hinterher rotary bzw reaktorkraft ja also wenn dein kopf dann noch mitmacht dann glückwunsch dazu mein kopf hat auf hälfte gesagt so jetzt mal auf hier so ein bisschen die melodie von tetris du kannst hier das machen aber ich mache meinst du machst 1 ich mache jetzt mal pause machen muss genau ich brauche erstmals negas letzt mal wieder länger dauert da sind schon auf jeden fall schöne mods und bei dem mod rotaricraft da würde ich auch einfach mal an dieser stelle persönlich tagun ansprechen schau dir den mod einfach mal nicht für ein jetzt play oder so aber für dich privat bei gotts da kommt er den mod einfach mal an ich glaube für dich ist das was weil kann mich auch so ein bisschen schon privat ja mit ihm unterhalten und daher weiß ich auch so teilweise was er in seinem leben gemacht hat und an mir vorstellen der mod wäre was für ihn kann ich nur mal sagen so gefällt nur jedem möchte ich das ist aber das gleiche wie bei greg entweder man liebt ihn oder man hasst ihn gut die meisten leute sag ich ja immer wieder die meisten leute kommen ja denn mit der aussage man nehme den mod gregg tech und verschieben in den papierkorb habe ich dann ja auch gesagt was soll denn so eine blöde blöde meinung das war ja nicht mit den mods zu beschäftigen das war so dass das das war das team rund um jolo crafter jolo projekte damals mit mit sips lp und so und wollten dann ja alle gregg tech nicht haben und ich habe gesagt was muss gregg tech mit rein dieser ansonsten mache ich das spiel gar nicht an geschmacks frage ja leider leider und bei gregg tech da kann man ja nur den leuten die das projekt spielen da kann man den ja nur den geschmack oder deinen geschmack ja in erster linie oder euren geschmack in erster linie nur aufzwingen kann man ja so sagen wer das spielen will er muss dann ja auch gleich mal durch die vollen gehen kann eben nur mal empfehlen geht da wirklich mal durch die vollen ja wobei wir uns ja auch zu dem einen oder anderen überreden lassen so ist du hast ja gesagt ich möchte zwar gregg drin haben aber ich möchte mekanism zum beispiel ohne gregg habe ich genau zähne knirsch okay mach mal geht ja auch und funktioniert und ich muss sagen noch mal kurz in die eier rennen ja vermisse ich auch oh ja ja jetzt überhaupt nichts funktioniert nicht das kann ich nicht nachgucken moment scrollout vorsicht scrollout ist unter umständen inventory tweaks also so ein mod den man leicht vergisst da sind so mods die sind immer da richtig hier hättet ihr euch aber locker lustig lokal reinziehen können da hast du recht weil ich benutze meine bereitet und vorbereitet wie wir natürlich wie immer sind nein ja weil wir haben ja nicht schon 14 tage vorher drüber gesprochen nein gottes auf gar keinen fall nein nein niemals ich ist auch eine geile aussage so mag ich das da ist der butze gerade mal kurz mit einem time out aus beidem rausgeflogen ich denke er kommt gleich wieder denke ich auch und mal hoffen so selber mod entwerfen ich denn auch mal genau da habe ich auch noch ein punkt und zwar selber mod entwerfen wir haben aber leute in der community die sowas machen ich weiß nicht ob der name alio die ee was sagt oder alio la die der hat einen eigenen mod entwickelt ach ja ich bin drüber gestolpert so moment denn der name kommt dir bekannt vor und hat mal nachgeschaut ja das ist tatsächlich der der bei uns in der community anfänglich und immer wieder mal paar kommentare dazu abgibt also meistens auch sinnvolle kommentare muss man auch dazu sagen ja auch wir haben auch andere das ist übrigens auch einer meiner stammzuschauer auch im vanilla lese ich den namen sehr oft sehr häufig was was für eine art von mutter denn der hat wenn ich es richtig noch im kopf hatte hatte ein mod gemacht mit bandagen also zum heilen quasi bandagen sowas dann würde ich doch mal glatt weg sagen was hältst du davon wenn wir das mit reinnehmen und muss ich vielleicht mal angucken ob er natürlich saubere arbeit geleistet hat augenzweger da bin ich mal gespannt wenn er die folge jetzt sieht bevor du ihn vielleicht schon kontaktiert hast dann geht jetzt schon das herz rasen wahrscheinlich los die wollen das aufnehmen vielleicht die wollen das mit reinnehmen um gottes willen ja ich meine es ist ja so vor der ersten folge jetzt ich zu gast bei euch war da habe ich auch herz klimpern gehabt ach komm ja ich weiß ja noch wie doch schon crazy das erste mal bei uns waren das ist ja noch nicht so lange her zum glück ja die beiden waren auch so das ist das stellt mir sich so vor wie so ein klassenzimmer in der letzten bank hocken zwei leute die versuchen sich irgendwo hinter dem tressen zu verstecken oder hinter ihrem tisch um ja nicht gesehen zu werden aber sind total fasziniert von dem thema genau so ähnlich kam mir das vor ja das das mache ich so mit das unterschreibe ich so das hast du sehr schön so formuliert auf jeden fall das internet war gerade weg ja aber es ist ja wieder da ja ja aber das war keine ahnung da musste da immer ausgesteckt werden das problem hatte ich auch eine zeit lang dann habe ich den anbieter gewechselt das war damals bei bei ellis war das ja damals war es also es ist schon sehr lange her das ist was ich nicht zwei drei vier jahre aber geile brauche in der werbung das auf jeden fall muss schon sagen auf jeden fall auf jeden fall von der bettkante stoßen weil auf dem boden ist mehr platz ja ist eine variante und für das was ich mit der frau machen würde natürlich wenn ich nicht verheiratet wäre da bräuchte ich viel platz jetzt heißt es wieder ganz viele kinder jetzt jetzt heißt es wieder das kann wohl nie wahr sein er du wieder aber ich glaube ich habe mich dazu gebraucht aber ich glaube meine zuschauer nicht ab und zu mal sowas kriegen ich glaube dann dann wird es langweilig also was hat mal einer einer meiner zuschauer geschrieben auch schon sehr lange her in meinen let's play wenn man nicht einmal pro aufnahme session wenigstens beim zuhören rote ohren kriegt also sprich dieses fremdschämen für aussagen meinerseits dann ist er nicht bei trivolo dann ist aber irgendwo anders ich sag da danke dass du so siehst ich sag ich werde den standard halten ja und wie habe ich den auch gehalten hätte ich jetzt eine facecam hätte man hätte man gesagt so der guckt ja gerade wie le floyd ich habe gerade genauso doof aus der wäsche geguckt ja es ist sowas ich weiß nicht ich kenne ja auch ein paar von den let's playern und schauen wir das eine oder andere mal an aber es gibt ja da echt immer wieder leute die in jeder folge muss mindestens einmal das wort titten oder ficken vorkommen ist das wichtig eigentlich nicht hätte ich auch gesagt aber das ist deren im image ja aber muss ich noch jünger als wir ja schon du ich bin ich bin mit dem wort im fernsehen das war da tabu zu meiner zeit noch wo dann das erste mal der wer was ingo appelt genau ingo appelt wer den überhaupt noch kennt ist ja mittlerweile auch schon fast schon ausgestorbener typ der war der erste der im fernsehen gesagt hat ficken und das war ein skandal ja hallo ja egal es ist ich glaube ich bin zu alt für den scheiß das glaube ich bei mir auch manchmal aber heute ist das einfach gang und gäbe heute wird heute werden solche worte am laufenden band ich meine gut da kann man denn auch wieder sagen es ist halt irgendwo so mit dem rap und dem hip hop und so weiter ist es dann ja auch gekommen aber ich sag mal ich stamm nur aus der techno zeit hauptsächlich bin ja es später richtig zum mittel konvertiert und endlich ja genau und ich sag mal der in den einzigen über den einzelnen text passagen von von einigen technoliedern das ging da auch schon ziemlich rabiat zu also das kann man nicht unbedingt dem hip hop zu schustern nee eigentlich nicht jetzt schaue ich muss gerade wie du deine wiki angelegt hast hattest du noch irgendwo ein bisschen kies rumliegen ja sicher warte den kann ich dir sogar bringen weil ich schon der asche genau oder wir machen es halt hier ganz oldschool das gravel mit we und h das ist der botzer da ist der bäcker hier pass auf da kommt ins deck angeflogen dann schön das loch dahinten flicken welches loch da hinten weiß ich nicht das war weil man da so jetzt weiß ich was du meinst nähe da hier